Das Fundstück des Kalenderpreises 2020 sind die kleinen, feinen Adventskalender Stille Nacht von Kopenrad. Klein und fein, weil es sich eigentlich um ein Set von vier aufklappbaren Weihnachtskarten handelt, die jeweils einen Miniatur-Adventskalender darstellen. Beeindruckend ist die stilsichere Produktion, eine sehr feinlidige Silhouetten-Illustration, die per Lasercut aus dem schwarzen Karton geschnitten wurde, mit einer dahinterliegenden farbigen Illustrationen. Die Überraschungen im Miniatur-Kalendarium sind entsprechend stilistisch umgesetzt, wenn auch in der Größe, wir sprechen von Miniaturen, nur Beschenken mit gutem Sehvermögen zu empfehlen. Der Adventskalender Stille Nacht verbindet im allerbesten Sinne stilsichere Traditionen mit einer modernen Umsetzung in Gestaltung und Produktion und ist ein echter Hingucker. Wir gratulieren!